Schwiegermutter oder Schwiegermonster? Die Mythen um das angebliche Konfliktpotenzial vorzugsweise zwischen einer Frau und der Mutter ihres Partners sind vermutlich so alt wie die Geschichte der Menschheit. Doch nicht selten ist etwas dran an der oft belächelten Rivalität im engsten Familienkreis. Matthew McConaughey kann ein Lied davon singen, denn seine Camilla hatte einen steinigen Start mit Mama Kay. Seit 17 Jahren sind Matthew McConaughey 53 und Camilla Alves 41 ein Paar. Vor elf Jahren sagten sie ja zueinander. Ein Wunder, wenn man es rückblickend betrachtet, denn dem brasilianischen Model wurde es nicht einfach gemacht, Teil der Familie zu werden. Daran war sie nicht ganz unbeteiligt. Schwiegermutter Kay McCabe, von ihrer Familie Nurma Mac genannt, hieß die Freundin ihres Sohnes alles andere als mit offenen Armen willkommen. Die Annäherung zwischen den beiden Frauen glich einem holprigen Weg. Matthew McConaughey Mama Kay nannte Camilla mit Namen seiner Ex-Freundinnen. Wenn Camilla heute auf die ersten Jahre an der Seite des Schauspielers Matthew McConaughey zurückblickt, beschleichen sie gemischte Gefühle. Die Liebe schlug wie ein Blitz ein, als sich das Paar in einem Club am Sunset Boulevard zum ersten Mal begegnete. Der Schauspieler hatte das Model bereits aus dem Augenwinkel beobachtet, bevor sie schließlich an ihm vorbeilief. Erinnert er sich 2019 in einem Interview mit People. Dann sprudelte es aus ihm heraus. Ich habe nicht gesagt, wer ist das? Sondern was ist das? Die Romanze nahm ihren Lauf. Doch das Glück wurde getrübt. Ausgerechnet durch die Mutter des Mannes, der Camillas Herz im Sturm erobert hatte. Sie hat all diese Dinge getan. Als ich das erste Mal auf der Bildfläche auftauchte, berichtet Camilla in einer aktuellen Folge des Biscuits-Gem-Podcasts von Southern Living mit Sid Evans. Ich meine, sie hat mich wirklich getestet. Sie nannte mich mit den Namen von Matevs Ex-Freundinnen. Sie fing an, mit mir gebrochenes Spanisch zu sprechen, und setzte mich ein bisschen herab. Ich meine, alles Mögliche. Gemeinsame Reise nach Istanbul wird zum Showdown. Trotz der unübersehbaren Seitenhebe der Schwiegermutter in Spee ließ sich die Brasilianerin nicht ins Boxhorn jagen, suchte immer wieder einen Weg der Annäherung. Als Camilla einen Modeljob in Istanbul ergatterte, sah sie ihre Stunde gekommen. Sie lud Kay ein, sie zu begleiten. Mamek, du kommst mit mir, habe sie gesagt. Ein zweites Erste-Klasse-Ticket und ein kostenloser Aufenthalt in einem schönen Hotel machten den gemeinsamen Friedensausflug an den Bosporus möglich. Doch schon bei der Anreise bereute Camilla ihren gut gemeinten Vorstoß. Auf dem ganzen Weg dorthin, auf dem ganzen Flug nach Istanbul, hat sie mir all diese Geschichten erzählt und mir all diese Dinge in den Kopf gesetzt. Bei der jungen Frau legte sich in diesen Stunden ein Hebel um. Als wir gelandet waren, hatte ich genug davon und dachte, okay, in Ordnung. Ich muss mich anschnallen. Ich muss mich auf diese Situation vorbereiten. Die Eskalation stand kurz bevor. Ungefähr am dritten Tag, als ich sie in ihr Zimmer brachte, fing sie an zu weinen. Und ich sagte, oh, mein Gott. Sie wissen schon, Mamek, es tat mir so leid. Und als ich sie ins Bett brachte, sah ich sie an und dachte, ach du meine Güte. Sie redet nur Mist. Okay, jetzt bist du dabei. In diesem Augenblick entscheidt Camilla, dass sie andere Seiten aufziehen müsse. Also habe ich ihr die Meinung gegeigt und meine scharfe brasilianische, lateinamerikanische Seite herausgeholt und es ihr gezeigt. Ich habe zurückgeschlagen, und es ging hin und her. Ein zermürbender Kraftakt, der sich am Ende für die Jüngere auszahlte. Sie sah mich nur an und sagte, okay, jetzt bist du dabei. Und dann kam die Erkenntnis. Alles, was sie wollte, war, dass ich mich wehre. Seit jenem Moment habe sich plötzlich alles verändert. Von diesem Tag an, von dieser Nacht an, haben wir die tollste Beziehung. Und ich habe so viel Respekt vor ihr. Eine Achtung, die auf Gegenseitigkeit beruhe. Sie hat so viel Respekt vor mir. Und dennoch gibt es immer wieder Reibungspunkte, gibt Camilla offen zu. Es kann manchmal schwierig werden. Doch zwischen den Frauen gibt es inzwischen ein ungeschriebenes Gesetz. Wir beenden das immer mit einem guten Lachen und einem Scherz. Matthew McConaughey über das Leiden seiner Frau. Angesprochen auf das Schwiegermonster aka. Seine eigene Mutter, äußerte sich auch der Oscar-Preisträger dazu, wie schwer der Start für seine jetzige Ehefrau war. Meine Familie legt großen Wert auf Übergangs- und Initiationsrieten, und man kommt nicht so leicht in die McConaughey-Familie hinein. Erklärte er in einem Interview mit Entertainment Tonight Canada, das am Donnerstag, dem 21. September veröffentlicht wurde. Wir stellen einen auf die Probe. Matthew McConaughey ist sicherlich sehr glücklich darüber, dass Camilla Alves diese Probe bestanden hat.